also da überlege ich mir dreimal ich habe noch mal gegarten fleisch genommen ja alles und wacke ich hier noch mal haifleisch drauf wir wollten auf jeden fall zu die insel die habe ich ja gesehen und da mussten wir auf dem rückweg extra noch ein alter wir haben jetzt wieder hier richtig geilen loot ja diese scheiß drecks mir wenn er justin ist es nur ein spiel reg dich nicht auf ich war verhungere jetzt eigentlich eine solches haifleisch geben alles gut ich habe hier draufgelegt gibt es eigentlich eine maximale anzahlung was was ich sachen versammeln kann also gleichzeitig am haken haben kann am haken glaube ich 5 im netz 20 oder 10 wir müssen gleich auf jeden fall mal gucken dass wir die netze wenn dann wir können ja nicht nebeneinander sitzen das ist halt das problem wir müssen erst vorne verstehe ich schon fast ja aber ich meinte dann das ganze floh zu machen dann kriegen die äußeren alle was ab und die inneren gar nicht fast jemand das herrscht wir müssen menge weiter nach rechts sonst kriege ich den fixen jetzt müsste ich ihn kriegen nein wir fahren weg von dem ding fast verpasst keine fässer wo es hat sich gelohnt denn die drei ausgetaucht aus ausgewichen ausgewichen ausgewichsten würde der schweizer jetzt sagen ja ich hab du musst auch wieder planken drauflegen ja ich weiß das braucht auch geil ich wurde geradet gerade seria tv danke für den rage hallöchen ich hab gleich kein essen mehr wir müssen auf jeden fall wieder in die richtung denn du machst du schon na wie geht's dir ach danke für den follow denn dennis oder was ist das doch dennis schüch ja doch schüch wild hallo philip mi passt das unser fluss geht jetzt auf die insel aber ist egal gerade so erschrocken ich dachte nur so höh habe ich ganz vergessen dass ich am stream bin weil wir nehmen das auch gerade für den youtube ding jetzt auf ihr seid von seria ja willkommen willkommen im stream hast du eine axt jetzt ja freilich da ist noch eine watermelone ich hab gesehen geh weg von meinen watermelone oh oh das fluss treibt weg nein kann ich ans fluss haken warte danke auf jeden fall für die follows oh da kommt also jetzt ist erledigt gerade also einmal helena danke und einmal philip mi dankeschön dafür und willkommen bei den russes welcome willkommen willkommen durch die ganzen follows hatte ich gerade kurierungs überlastung ja läuft bei ihr ja also streamen und aufnehmen ist halt nicht so was amd so möchte obwohl amd sagt eimpflich 40 prozent cpu auslastung also ich weiß nicht was da los ist keine ahnung viel spaß euch danke danke ja heute ein bisschen heute ist es ein bisschen windig auf dem floß unter anderem auch warte ne wasser melone habe ich ich muss noch was essen ey wir treiben so hart weg mit danny wir können hier nicht bleiben ne was weiter alles gut seria tv danke für dein follow und willkommen an den joshis also er zeigt 60 fps an aber es sieht irgendwie aus als wenn da als wenn er gerade rum bangen würde ist fuck willst du es ausschossen willst du weiter oder bleibst hier also ich habe den boh nicht durchsucht aber ich glaube wir können weiter wenn du alles mitgenommen hast ach the forest ich hab da schon mal einige sachen gehört ich hab das ist schon nicht schlecht ach du hast gespielt ja es gibt sehr viel zu sehen hast auch höhlen unterirdisch ja echt gut ich hab jetzt mal fps auf 120 gelockt du solltest weniger legen für den stream ich hatte die ganze zeit gerade 100 170 190 also ist dann doch glaube ich too much dann hat es wenigstens spaß gemacht mit by the forest ich hab nur gesehen dass wenn man da am baum fällt dass da irgendwie so alles umkippt und wenn du dann so drunter steht kannst du sterben habe ich gehört aber was das true ist weiß ich nicht ah ne pflanzen kommen ja woanders hin ne genau pflanzenblätter so ich hab jetzt hier noch anana melona coco hier drin ähm und ein bisschen haifleisch ach du machst gerade eine radieschen fertig hast du Palmsamen weiß selbstverständlich nein du hast vor mir gewässert weh achja das schöne gute alte Meer wir müssen auf jeden fall unser Floß ein bisschen ach warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal wir müssen jetzt gerade noch ein Sammelnetz bauen ja ok dann gucken wir mal Palmblätter haben wir genügend da haben wir auch das haben wir auch aber da brauchen wir noch ein bisschen Schrott und ein bisschen planken planken haben wir jetzt auch genug klasse klasse komm mal her hier ist dann immer auf brö hier tschüss 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 jo ich wünsche dir eine gute nacht cd und danke für den host und für die ganzen follower danke danke das war jetzt 12 ich habe kein sound mehr muss man sound hin also wenn ich jetzt richtig zähle waren es jetzt 1 1 2 3 4 oh mein gott ich muss mal kurz mit dem 10 warte mal kurz also hier kam der raid mit 6 personen rein so tschüss hat gefolgt philip hat gefolgt helena hat gefolgt das sind 3 4 5 5 und ja 5 und 6 ehre hier ist deine leere taste hast du die schon wieder weg geworfen naja weil du keinen platz hast ach so ja nice ähm hast du zufällig noch 14 blätter nein 20 und ich übernehme mich warum ich nie was bauen kann du saftsack warte mal wenn wir jetzt in dem schachmuster weitergehen ne dann kommt hier eins hin und da eins vorsicht geht auf mal wurscht Plastik, Plastik, Plastik aber man muss das immer erst hinbauen ne das ist halt immer so nervig wenn man das erst hinbauen muss dann wieder abbauen muss und wieder hinbauen muss ich hoffe das geht nicht kaputt hier oh nein unsere Dingens ist im Arsch unsere Laterne wie ist ich im Arsch ja die stand auf dem Teil und das ist nix gut gewesen hast du weg gemacht? ja aus Versehen Dödel gut mal very sorry so jetzt haben wir hier nochmal zwei Netze vorne ich hoffe das ist dann dementsprechend in Ordnung für dich wenn du Essen brauchst hier in der Kiste hab ich Essen rein gell? hier? naja dann nimm doch hier lieber die Kiste warte dann stell ich die direkt ne hallo dann stell ich direkt neben den Grill ja stell sie mal neben den Grill das ist sowieso ein bisschen doof warte jetzt kann ich mir keinen Bauhammer bauen weil ich keine Seite ich hab noch nen Bauhammer hier mhm hier ist Glas drin oder? Glas annehmen ja ich baue mal kurz das Floß um ok? achten wir ich warte mal bevor das jetzt hier auch noch nimm dir mal Wasser warte ich trinke nochmal so Möwe ist tot endlich mashallah einfach die hübsche hä ich trinke da raus aber ich krieg keine kein Wasser wieder oh ich hab das aus den Linksblick gemacht scheiße so wie viel kannst du noch aufnehmen hier? bei dir? dann ich kannst du das doch mitnehmen? ich hab da extra die Tasse weggeworfen ja ich hab die wieder aufgepackt warum? einfach so ist alles raus? schluss Tasse ich bin da andere Freunde guck mal hier perfekt zack 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 perfekt das kommt noch dahin das kommt noch dahin so unser Bett das stellen wir direkt hier neben der Kiste Bums äh ich verhunger Hunger, Hunger, Hunger äh hab ich hier nicht gestern nein äh melona ich sehe auch gerade gar nicht wie viele Leute online sind also wie viele Zuschauer ich jetzt gerade habe weil dieses OBS das nicht anzeigt stellen wir bitte den Reiniger wieder hin Sekundos ich such gerade den Platz dafür warte mal das können wir auch noch abbauen ja du hast da alles weggestellt können wir das abbauen hier? ne ne? so den Reiniger warte mal den machen wir auch noch weg warte das steuern wir mal kurz ohne Segel hier so das stellen wir da vorne hin da vorne hin warte so ah ist doch gut ne? passt setzen wir das Segel mal wieder runter hier ups und machen Danny stopp so ja ich ich pack dir den Reiniger jetzt sofort dahin geht auch ein Rüniger nein der Rüniger will ich nicht warte kommt da jetzt warte kurz warte kurz da ist nochmal die Werkbank den Reiniger der ist hier warte mhm hi so Reiniger steht jetzt muss ich hab schon was hier mal weg so den Grill packen wir direkt hier neben der nein oh nein Danny dein Ernst mhm kann das ich das hier mal ernten hallo kann man das ernten geht das? ne Karotte hab ne Kartoffel hab ich Dorfgar ja das hab ich jetzt auch warte ich will einfach mal kurz ein bisschen mehr Space schaffen weil das alles aufeinander da hinstellen würdest nehmen wir ein Ding ins hier ist äh ja wollte ich das war mein Plan das war mein Plan so seitlich ne? ja ja genau wie die Werkbank oi 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 pff hupsala also ich hab jetzt gedacht so guck ja ich hab anders ja gemeint aber ist wurscht oh rechts sehen sie mashallah einfach die hübsche und hier kommt unser scheiß für anders hin so wir haben aufgeräumt dann kommt jetzt hier die Kiste hin warte ist das richtig rum? ach ne so so